und und hier sind wir auch schon im 41 sie ist ein paar auch gleich aber macht ja nichts Orknochen gebrochen auch noch und drei der Warten wir bekommen bei einem Reifen Schönen ein Huhn ich mag Grün ja immer grüner eschen ja das habe ich schon gemerkt wo du gesagt hast du willst unbedingt die Eier und die Eier hat die nicht abraten lassen sie sind und die Eier die Eier auch über die Doktente ich brauche ich will wer hat er habe ich schon auch gut als Gravel hinseiten und abbauen Oh ja. Oh ja, macht ja Spaß. Oh oh, ich werde von einem Gas verschossen. Ein garstigen Gas Gas. Oder was haben wir früher mal gesagt in der ersten Staffel? Gästigen Gas Gas oder so, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Der gastige Gas Gas oder gestige Gas? Gästiger Gas. Gästiger Gas. Fick so, mich verkloppen, macht so Spaß. Ja. Ihr zweifelte wiederbekommen, wow. Was hast du wiederbekommen? Weitle und. Ach so, du sammelt schon fleißig. Die Federn, wie ich sage, ein Teil war auf, dann ist das am Feiersten. Wir hatten. Wir haben zwei Hühner. Und komme ich vielleicht zwei Hühner. Ja. Ich würde dann mal sagen, ich bleibe ein bisschen in der Nether. Warum? Weil ich irgendwie Bock habe, dass ich mehr Dinge ins Krieg. Du weißt schon. Ja, da war es. Ja. Willst du damit? Keine Ahnung, dann hat man einfach schon mal, dann braucht man nicht zu ewig in der Nether sein. Jo. Wow, zehn Flint. Ich habe den Part nicht gestellt, also. Aber jetzt. Na, das ist schon ein bisschen zu spät. Noll. Zum Bauernhaus. Ich finde das Bauernhaus ist schön geworden. Oder wie findest du das? Mensch, scheiße. Ich finde, das ist so richtig schön. Vielleicht hätten wir das noch ein bisschen größer bauen können, aber naja, gut. Na ja, okay. Ja. Wir haben ja alles drin. Ach, kannst du mal einen Kuchentisch bauen? Nein. Also einfach einen Block oder so. Nur, dass wir da einen Kuchen drauf machen können. Die Jurore schicken, tue ich jetzt in, wo soll ich die Rohre schicken hin tun? Einfach. Federn und alles. Einfach brutzeln. In eine Kiste. Dann. Die Kacke, Kucz. Ich komme noch mal wieder, was in der Wasser raus. Mach mal. Na, da kommt da rein. Und dann bin ich auch schon wieder in der echten Welt. So. Los, brutzelt ihr Wurfschicken. Immer mal zwei von mir. Ja. Da rein, da kommt. Schau, kein Plot. Na, so pech. Oh, man, wie leck das denn. Na, einfach so wiederholt. Auto-Weiz-Farm-Undrück-Mann-Fernding ist auch gelten. Wo hast du denn, äh, rohe Schicken und Federn? What? Rohe Schicken und Federn. Alter, du hast mir mein Schicken abgeschoben. Ich hab mir grad vier Schicken geholt. Ja, aber aus meinem Ofen, das Holz erstmal genommen. Und mein Schick geschneckt. Ja. Du musst mal, links sind eigentlich meine Öfen, ne? Ich weiß egal. Also, nee, das haben wir so gemacht damals. Man vergesst den Scheiß drauf. Und wo sind die Fehler? Öfen sind Öfen. Nee, dann hab ich grad noch Freilich gehabt. Ja, und was täglich davon? Nix. Ja. Kannst du... Hast du dir denn einfach selber schicken? Kannst du das noch mal machen? Nein. Ja, also. Ich hab' keinen Weizen. Ja, muss dir von dir zu Hause holen, halt. Ich hab' keinen zu Hause. Hast du keinen Weizen? Alles verwendet. Nein. Ich hab' vier Stacks oder so. Komm, wir ernten jetzt. Beobacht der mich hier erstmal beim Hühnertöten. Scheiße, Mann, die sollen mal von dem Kacke abhauen. Die drängen mich auf. So, dann mach ich mal gleich neuer Hühner. Zeig' ich mal hier oben den Braustand. Ja, schon sehr schön. Malch mal glitzernde Melonen. Die kommen dann wieder rein. Überlegen, überlegen. So. Neatherwarzen haben wir nämlich keine mehr. Nur meine sofortige Wurzelt. Oh, nicht. Oh, lass mal pennen den. Oh, ja, aber erstmal nicht. So, muss ich mal ein Bett hier. Ja, weil du hast da hingestellt hast. Keine Ahnung. Eigentlich müssten wir uns ja auch mal ein richtiges Haus bauen. Hm. Dann werde ich schon mal damit anfangen. Hast du Bomben, machst du keine Weizenfelder mehr? Weil ich keine Samen hab, weil ich die alle genommen hab. Hättest du ja. Für die automatische Weizen. Holen können wir. Hast du Samen? Ja, 26 um in der Kiste, aber die sind für die oben. Für die Farm. Hast du irgendwo Samen? Ich weiß nicht. Ich glaub nicht. Holen hast du. Sag ich ja. Nein, du nimmst die jetzt nicht von oben. Doch. Die sind für die Farm da oben. Nee, nur 20 Stück, oder? 26. Die hab ich hart erfarmt. Hm. Hier hab ich auch noch 8 Samen für dich. 5 Stück. Nee, ich brauche ja auch nicht. Ja guck, du willst die ja noch nimmst. Ich pflanze die sogar für dich. 5 Stück brauche ich nicht. Ja, dann hast du aber wenigstens schon mal etwas auf deinem Feld. Dann kriegt man immer Samen von. Ja. Ja, wieder ein Huhn. Kann ich mal ein großes Bild? Ich mach einen neuen Nachwuchs. Ein Helm ist gleich am Arsch. Ja, Mann. Da ist neue Rüstung. Neue Rüstung. Ich brauch mal wieder Eisen. Ich hab nur noch einen Stack. Ich brauch mal wieder Diamanten. Hm. Immer in die Minen und suche Misswissen. Ich komm auch in die Minen. Ich hab da auch mal wieder Bock drauf ein bisschen zu fahren. Hm. Ach, fuck, falsch. So. So. Wo ist Eisen? In welcher Miner bist du denn schon? Bist du schon drin? Hm. Hättest du auf mich warten können? Ja. Dann würd ich sagen, jeder Farm fühlt sich einfach. Zombie. Oder? Hm. In welchem bisschen. Brauchen wir nicht aufteilen. Wow, es geht. So. Geh da mal nach hier. Ah, hier ist ein Lück. Wow, okay. Le Eisen. Wow. Da alles abgeht. Schön, 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 gar nicht. Wow, wie viele hier sind. Alter. Die alle töten. Der Creeper killt ihr alle. Der killt ihr alle. Für dich, dann brauchst du die nicht killen. Naja, aber gibt XP. Das ist kaputt gegangen. Ich denke, ich habe die eine Dachung auszusetzen. Arschloch. Soll ich mein Helmischer Marsch. Keine Kraft ausdrücken hier. Arschloch. Alles so wirklich. Hat zu hoch. Oh nein, herr. Kein Spaß. Hauptsache Kohle hier erstmal, meine Herren. Ohne Bauer nicht. Ich auch nicht, aber man hat, man hat, man hat, man hat. Also wie viele Kuiper hier spielen, ganz schön. Oh, mach wieder bumm. Oh. Da ist nix mehr. Genau. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Kohle mache ich mir auch nur noch zwei Stacks voll. Also, ne. Insgesamt drei einfach, ja. Passt schon. Neck mir nur noch alles. Durch die Höhle. Rasch du durch die Höhle, durch oder wie? Ah, ja. Die Milch. Durchsetzt verkehlen und sich Eisen sehen bei euch ab. Das ist so. Das ist so. Jetzt Lava. Ich geh einfach ganz normal. Na, weil mir ist auch Lava. Alter, was? Alter, wie es aussieht. Lol. Ich werde eh nicht mehr rumkommen. Also. Also. Du findest eh nicht mehr nach Hause. Also zurück. Gleichen Weg. Oh, Spalte. Ne Kiste. Ne Kiste steht noch. Hoffentlich sind da die Armaten drin, weil die tief ist. Dann brauche ich mich mal dahin. Boah, ich werde fast runtergeflommen. Ella war zu schuld. Nein. Nein. Nein, das ist ein Eisen. Flindes runtergefallen. Das aber noch flindreich bekommen, ja. Und Skilett, oh mein Gott. Der mich jetzt erschweren, die runterschießt. Da heißt es. Nichts hier runtergeht. Ja, Eisen. Bei mir, ich sehe jede Menge Eisen. Bloß ich bau Olaf. Olaf kann überhaupt zu bauen. Oh, naja, aber. Johnny. Ah, du. Ich bin ja nicht dran. insurance. Es ist auch commission. Und. Ja, ich bin ja auch. Was, genau? Aber jetzt kann ich das nicht ausführen. hier mit mir aus 1 mann steckt und die reisen bäubig aber Kohle und die reihe nicht mehr und die 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 Räulein von der Welt weil ich mich mal jetzt so das Jahr 1 Tomi es kann ausruhen also wollte mich ist ausruhen gelaufen weil er nicht gehen wollte und dann mal der Lava damit dann ist daran gelaufen Leute haben es lange und die Kirsten ja ein Lied bei ist alle ins Bonn abon da kann er auch immer schon vor Ort wenn er heißt er ist es die Höhe 12 oder so absolut und was war drin ich bin noch nicht da Lava, Schiss was macht bitteschön ein Slide Alter, wie fast da abgeht, wie viel da sind 5 Zombies ich kill die alle mit meinem Schwert kann ich hier auf 2 Schläge killen so gut Gioranimo ich gehe mal in den Spawn-on-Farm ein bisschen weißt du, der ist vorne aber kein Bock das ist schön, als du lebst ja, neun Slime-Bälle ja, kein Bock mehr du bist auch schon was, oder? neun Slime-Bälle ja finde ich gut ich kann ihn mal weg ja komm ich dir nochmal hoch ja komm komm, darüber kann ich auch noch gehen ah, da oben ist nur ein noch zwei Eisen ein Eisen da ist noch ne Kiste, lol was ist denn in dieser Kiste drin? drei Eisen Kürbiskerne, zwei Eisen, noch fünf Kohle ja, passt da ist noch ein Eisen hier noch ein Eisen Kürbisker Böhm 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 Benutzt du die schon? Nö, noch nicht Nö, noch nicht ich auch noch nicht das war so was von klar, dass wir die nicht benutzen wenn wir die einmal haben und ja, hier ist noch ein Eisen und Schluss aber ich will ja eigentlich ehrlich gesagt ähm versaubern mit Glück wenn das gar nicht nur vielleicht aus einem Diamantenblock in zwei Diamanten das stimmt ab welcher Stufe kriegt man das kommt oder viermal ein Jahr im Ort das macht und und so jetzt wieder hier mal aus aus warum nicht gekommen wird der Mensch das war mal aus durchschnittlich es kommt schon die Springer einfach und die Kiste erweißen Prozent über die Fahrt mit dem und ich habe mich an der Kampf auf dich von mir das noch ein paar Jahre ich bin im Haus ich glaube sie haben habe ich auch gerade so oft gedacht irgendwie sieht man manchmal sowas was wie ein Name auch hier ist eine Kiste LOL über mir von Eisenbahn Redstone Melonsam Brot 7 Mann bekommen die ganzen Scheiß-Sommies her okay fast Level 24 dann würde ich sagen fast sauber ich mein Diamantschwert Oha überlebt in Level 10 derweil wieder geht schnell eigentlich wenn man irgendwie ein paar Creeper-Songs und ein Kack fällt dann passt das schon in einem Haus mit einem einzelnen Eisen jo achja ich bin noch am fahren ein bisschen ich hab auch denke ich mal ein Stack mit den roheisenbaren Auge gefunden und tschüss mit verdrückt hier hoch gehen ja ich bin schon mal hier im Weg rüber gebaut ich sehe den Namen in der Mannhausen Lohr 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 und ich weiß das trotzdem noch ein in so wird man eine Bar muss auch mal ein bisschen sein damit man nicht die Rohstoffe teilt weil dann kriegt man irgendwie weniger als wenn man jetzt ein paar drin ist Endeffekt mehr vor dem Eisenheim ja ich brauche auch ein da und sie haben die Mauer ab nach oben eigentlich wollte ich das Gold noch nicht doch noch mal runter erweisen wieder geschmort durch das den netz durch her man hat jedoch schon das ich kann jetzt ja noch eine kräftige ja viel Spaß wieso Eisen habe ich ja gefunden so, also Eisenwaren kann ich mir auch wieder eine Kräfte geben? ach, Gold äh, die Hühner sind erwachsen gut, wenn wir dann Eier genug haben dann können wir auch... da sind schon, genau, ey, da sind noch jede, wenn man ein hat wir noch schon 13 Stück ja, dann kannst du die ja wieder schon wieder reinhauen ja, wieder wieder schon ein Huhn ein Huhn ein Huhn, das ist durch die Wand flogen, das hat ein Mod Blei Mord Sombra ich hab das gegen die Wand geschlagen und das ist da durchgeflogen ich würde mich verarschen, wenn du so sterben arme Huhn oh wir haben gerade mal erst erwachsen geworden und schon gerade mehr wir sind auch wieder Eier drin und der Part ist ein bisschen zu lang geworden aber macht ja nix das war's auch schon wieder mit den... oh, lol und tschüss Alter, war das knapp, man das weiße Feld ist gleich fertig ja Alter, ich wär fast in Lava gefallen oh mein Gott, ich hab ein Herzstillstand okay, dann sehen wir uns im 42. Pfad mit 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 mit